Die Sendung von SWISS TXT Hey hey, hallo zusammen! Ja, was macht der Band, wenn kurzfristig eine Gig abgesagt wird? Dinu, was meinst du? Ich bin am Proben. I am living on a fantasy. Ich stelle mir zur Zeit vor, wie es auch wäre, heute Abend mal das Gütchen zu spielen. Silv, was machst du so? Lulululululululululul Was ich so mache, wenn ich in Gottes Name nicht an Gig spielen kann, weiter trainieren, Gorgel inversen, an den Stimmbändern fehlen, Ademtechnik üben, damit man dann fit ist für einen nächsten Gig der hoffentlich gleich mal wieder mit stattfindet. Hey JC, wie bist du auch nicht mehr drin? Ich bin ein wenig am Basteln. Und zwar an einem Song. Im Moment heisst der Song «Ready to go» Und du, Pedal, was machst du so an deinem freien Abend? Ein paar Text spielen und die Arme schütteln. Ich arbeite an Ihren Traumstimmen von der neuen Song. Jetzt haben wir ja Zeit, Sachen zu entwickeln, wo die Pipeline waren. Und wir freuen uns auf das nächste Konzert, wenn immer das wird sein. Und du, Beat! Freuen auf die nächsten Gigs? Das ist ein guter Plan. Musikalisch werden wir unterstützt, jeweils die Nao an den Fidl und die Monty an den Keyes. Liebe Leute, unsere Konzerte im März sind mittlerweile alle abgesagt. Wir bedauern das natürlich ausserordentlich, haben aber volles Verständnis für das. Ich hoffe, wir sehen uns an einem von unseren nächsten Konzerten. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik